Mit diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man auf einfachste Art und Weise auf einem kleinen Zettel zeigen kann, wie unser Geschäft funktioniert und wie man bei uns in den ersten Wochen schon die ersten paar hundert Euro verdienen kann oder sogar mehr. Wenn du dich registrierst, dann hast du eine Position in unserer Struktur, da bist du ja. Wichtig ist, falls du als Kunde registriert bist, man kann immer wieder umswitchen, man kann jederzeit es verändern auf Partner, auf Associate. Wenn du auf Partner umgeswitcht bist, dann hast du die Möglichkeit, an deiner Struktur mitzuverdienen. Was wirst du dann machen? Du wirst wahrscheinlich mit Menschen sprechen, über denen ihre Bedürfnisse, ob das mehr Zeit oder mehr Geld ist oder mehr Gesundheit, das wird sich herausstellen in den Gesprächen und es kann sein, dass du jetzt den Peter hier einschreibst, ja. Und auf der anderen Seite den Kurt. Wichtig ist, dass du, bevor du die ersten Leute registrierst, aktiv bist mit 100 Punkten QV, qualifiziertes Volumen heißt es QV, ja. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wenn du das hast, dann bekommst du mal von jeder Bestellung von deinen Kunden oder Partnern auf jeden Fall als Erstbestellungsbonus 20% vom Nettoeinkaufspreis. Zum Beispiel, der Peter kauft ein für 200 Euro netto, dann hast du schon einmal 40 Euro verdient, weil es 20% davon sind. Und der Kurt, sagen wir mal, der kauft ein um 240, dann hast du 48 Euro verdient. Also das sind die Nettopreise, 240 Euro netto und 200 Euro netto. Das Schöne ist, wenn du jetzt die ersten zwei Leute gesponsert hast, dann bist du auch schon, egal ob das Kunden oder Partner sind, dann bist du schon im ersten Rang und das heißt Consultant. Ab dem Consultant-Rang wird auch der ganze Umsatz, der jeweils in deinen Beinen entsteht, wöchentlich dann auch ausbezahlt, nach bestimmten Kriterien. Toll ist, wenn du die ersten zwei gesponsert an den Consultant-Rang hast, für diesen Consultant-Rang bekommst du einmalig 44 Euro, egal wann du den erreichst. So, jetzt wird Peter sagen, ich möchte auch diese bis jetzt angesammelten 120, ca. 130 Euro haben. So, dann hilfst du dem Peter, dass auch Peter seine Person 1, also Peter 1 und den Peter 2 registriert. Jetzt kriegt auch der Peter zweimal den Erstbestellungsbonus und die 44 Euro, weil auch Peter Consultant geworden ist. Was hast du davon? Nicht nur, dass du an den Umsätzen verdienst, die hier passieren, du verdienst auch mit, wenn du Menschen hilfst, dass sie Ränge erreichen. Das heißt, dadurch, dass Peter, der von dir ins Geschäft gebracht worden ist, Consultant geworden ist, bekommst du hier 88 Euro. Und das gleiche wird der Kurt auch machen wollen. Also, der Kurt schreibt den K1 ein und der Kurt schreibt den K2 ein. Und auch der Kurt kriegt die 44 Euro plus zweimal Erstbestellungsbonus, freut sich, dass er vielleicht seine ersten 120, 130, 150 Euro verdient hat und hat vielleicht einen Teil seiner Bestellung schon verdient. Aber auch für den Kurt, weil der Consultant wird, kriegst du wieder 88 Euro. Das Spannende ist jetzt, dadurch, dass du zwei Consultant hast, hast du den nächsten Rang erreicht, nämlich Manager. Schaffst du dieses Konstrukt, also zwei Consultant, die können auf einer Seite sein, auf einem Bein, wenn du beide eingeschrieben hast oder auf beiden Beinen verteilen. Wenn du das schaffst, innerhalb von 60 Tagen, dann gibt es da einen Extra-Bonus, nämlich einen Crystal-Manager-Bonus, wenn man es innerhalb von 60 Tagen schafft, von 221 Euro. So, wenn wir das jetzt zusammenzählen, 8, 12, 20, 28, 29, 6, 10, 14, 22, 30, 32, 529 Euro und das vielleicht schon nach 1, 2, 3, 4 Wochen. Ich wünsche dir mit diesem Konzept viel Erfolg, es ist ganz einfach und dann kannst du ja weiter in die Tiefe duplizieren, die nächsten Menschen ins Team bringen, deinen bestehenden Menschen in deinem Team helfen, weitere Leute ins Team zu bringen, sie zu unterstützen. Ganz viel Erfolg und alles Gute!